so darf sie mir wieder in der zweiten Runde mein zweiter Clip der André ist nämlich fertig gewesen der wieder glücklich speichert Schienen oben links der 2 dritte Runde bis jetzt haben wir immer gewonnen also heißt es gut ich habe noch nie vor also sie hat einfach hingelegt mehr woanders schon nehmen wenn eine oben ist immer direkt auf die Auf die Holzflüge. Am besten auf die Holzflüge. Nein, auf die Flüge. Ja. Das ist eigentlich schon so. Oh. Okay. Also alle, Rabin. Ich habe mich schon wieder aus dem Aufschluss. Ich habe mir eine Mini dazu geführt. Jetzt bin ich rein, scheiße. Oh Gott. Ich bin da. Ich habe den Heli aber nicht. Er ist... Leute, der Heli ist jetzt hier am Weg. Der blockiert den ganzen Weg. Kacke. Aber guck mal, der Heli blockiert. Ich bin da. Ich bin da. Oh Gott... Dramatisch. Diab, ich bin nicht in der Sch которую ich scheibe. Die. 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 Da muss ich nur für Roma sind, an der Unterseite von das nötig. Da muss ich nur für Roma gehen. das diese Eilung das stimmt aber immer genau dann haben wir den getötet er hat wohl auch die abgesehen die 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 aber die 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 1 Hannes, Hannes, die sind in den Ding, oh Gott, die sind in den Ding, oh ne, die haben, ich glaube, die haben so einen Scheiß, oh die, nein, da ist eine unten aufs Boden, wo kein Auto hat, nein, krass, ich bin an die, nochmal einer so handelich noch ein 1 so 1 mehr an der Fall doch nicht gestoppt nur in der Luft ich habe so leute also ich kann was sagen das war von der Runde GTA Online 100 134 Level der immer sagen ist gedrackt und dann werden wir uns jetzt über ein abo freuen und über ein like und ja bis zum nächsten mal ciao ciao